Hallo zusammen, kurz das MacBook M3, das ist der ganz neue, in dem Fall der 16er. Und zwar soll es heute um Fotografen und Filmer, Videoschneider gehen. Also lohnt sich das, wenn du ein M1 hast oder was Vergleichbares, lohnt sich das auf den M3 zu gehen, wie viel schneller ist der? Den habe ich seit zwei Jahren im Einsatz und der Disclaimer, den habe ich ganz normal selbst gekauft und den habe ich auch ganz normal selbst gekauft. Ich habe keinen Kontakt zu Apple. Liebes Apple-Team, ihr könnt mir gerne was sponsern, ich werde so haben. Nee, also ich habe keinen Kontakt zu Apple, die kennen mich nicht. So, jedenfalls ganz kurz, der M1, als der rauskam, der ursprüngliche, der kleine, den habe ich mir gekauft, ist schon drei Jahre her, den habe ich immer noch. Das ist mein Reise-Laptop, wenn ich auf dem Reisen bin, dann nehme ich nicht den großen 16er mit, sondern dann, ich glaube der 13 soll. Das reicht auch beim Reisen mal, um mal eine E-Mail zu machen, um mal kurz Bilder zu bearbeiten, reicht das auch. Und der ist halt viel kompakter, viel leichter. Ich habe halt den Luxus, dass ich beides haben kann, weil den hatte ich halt dann und dann den zu verkaufen, wenig Geld für gekriegt, dann habe ich gesagt, behalte den doch. Der hatte also dann schon nochmal mehr Dampf, aber nicht so super viel Dampf. Jedenfalls, weil der M1, da habe ich gesagt, das ist echt ein Meilenstein und schneller brauche ich eigentlich gar nicht. Drei Jahre her inzwischen, zwei Jahre gegenüber dem, mein Workflow hat sich nicht geändert. Ich habe immer noch die gleichen Dateien. Mich filmt jetzt die Nikon Z8, die gab es vor drei Jahren nicht, aber die Nikon Z7 gab es vor drei Jahren und die hat genauso große Dateien. Und beim Filmen genauso, ich filme in 4K schon seit vielen Jahren, ich habe nicht vor, auf 6K oder 8K oder sowas zu wechseln. Das heißt, meine Dateien werden nicht größer. Und dementsprechend brauche ich auch nicht mehr Rechenleistung als vor drei Jahren. Mehr ist besser, klar, aber irgendwann ist es halt mehr auch irrelevant, weil ich es gar nicht merke. Da kommen wir gleich drauf. Ganz kurz zur Ausstattung. Ich blende das nebenbei ein, also es ist relativ vergleichbar. Und 64 GB RAM ist immer so ein bisschen die Frage. Mehr RAM ist besser, aber irgendwann ist es halt auch egal. Also ich habe sehr häufig, ich mache nie Fenster zu. Also ich habe häufig Photoshop offen, Lightroom offen und Final Cut Pro offen zum Schneiden und arbeite auch in allen drei, dass ich hin und her wechsle. Also sie sind wirklich immer in Memory. Und merke ich nicht, also ich habe da keine Wartezeiten, also null Wartezeiten. Dazu noch denn irgendwie Chrome mit 20 Browser, Tabs offen und so weiter. Also eigentlich sehr, sehr viel RAM, aber man merkt es nicht. Aber wenn er anfängt auszulagern auf die SSD, die ist halt auch so schnell, das ist mir ein bisschen egal. Dann 1 TB Festplatte, klar, mehr ist besser, aber die ist immer zu klein. Ich kann sowieso nicht alle Bilder raufpacken und alle Videos. Ich habe sowieso ein Netzwerklaufwerk, wo alles drauf ist. Und von so her habe ich immer das Aktuelle dabei. Aber ich habe, das zeige ich hier besser, ich habe hier drinne, ich habe eigentlich hier einen SD-Karten-Slot, den habe ich nicht. Stattdessen ist da im Grunde ein USB-Stick drinne, ein kleiner. Ich verlinke den. Super cool. Den habe ich seit zwei Jahren hier mal einsetzt. Das waren 512, inzwischen ist hier ein Terabyte drinne. Das heißt, ich habe einen Terabyte SSD und einen Terabyte diesen USB-Stick. Der ist halt viel langsamer, aber das ist für manche Dateien ja egal. Also zum Beispiel Filmprojekte, wenn ich dieses Video fertig habe, dann, wenn ich das geschnitten habe, dann schiebe ich das da drauf. Dann habe ich das noch, falls ich nochmal drauf zugreifen will. Das habe ich häufig, dass ich Videos einfach nachher lösche. Aber die nächsten paar Wochen nochmal drauf zugreife, weil ich irgendwie nochmal einen Clip rausnehme oder sowas. Und da ist die 1 Terabyte zu langsam. Es gibt keinen Sinn, keinen Grund, das aufs Netzlaufwerk, weil das ist ein Netzlaufwerk auch immer zu klein, weil ich produziere über 100 Videos im Jahr. Das ist mir einfach zu teuer, dafür immer Festplatten zu kaufen. Das heißt, die meisten lösche ich, ich gebe sie aber zwischendurch auf. Oder sonstige Dateien, die halt einfach dabei sein sollen, aber die langsam sein können. Nicht vergessen, USB-Sticks immer verschlüsseln, weil wenn ein Laptop geklaut wird, dann ist der relativ safe mit den Daten. Aber hat der USB-Stick natürlich nicht, wenn der nicht verschlüsselt ist. Das nicht vergessen. Also ich verlinke das Ding. So, ansonsten ist natürlich immer, es gibt bei Apple dann noch ein paar Klicks, wie viele Cores und so weiter. Ich blende das nebenbei ein. Ja, es wird halt irgendwann auch so teuer, dass man sagen kann, ja, das bringt keinen Mehrwert mehr. Ich zeige das gleich, wie wenig Mehrwert das bringt. So, das ist soviel zur Ausstattung. Dann, wir haben hier den Monitor, deswegen habe ich das Bild an. Der ist heller, der ist jetzt auf maximale Helligkeit. Auf dem Papier ist der heller als der alte, aber ich zeige das nebenbei. Ja, wenn ich sie nebeneinander packe, sieht man das, aber in der Praxis nicht. Der ist so hell, ich kann damit draußen arbeiten. Klar, in der Mittagssonne auf Ibiza ist doof. Ist immer doof. Klar, dann sucht man sich halt einen Schatten. Sobald ich im Schatten bin, geht das gut damit. Also, dass der ein Tick heller ist, ist sicherlich nice, aber ich habe den jetzt seit drei Tagen im Einsatz. Ich habe den sowieso nie auf volle Helligkeit. Von so einer merke ich das gar nicht. Also nie auf volle Helligkeit. Nur wenn ich da draußen bin halt, dann natürlich schon. Aber drin eher nie. Deswegen hat er keine Praxisrelevanz, glaube ich. Aber mehr ist besser. Der Bildschirm ist halt mega gut. Also, wenn du noch jemand bist von denen, die sagen, ja, Mac ist viel zu teuer und so weiter, dann hast du noch nie an so einem Laptop gearbeitet. Weil, also ich kenne keinen Windows-Laptop. Es gibt bestimmt einen Windows-Laptop mit gutem Monitor. Habe ich einfach noch nie gesehen. Also nicht vergleichbar damit. Das ist wirklich, das ist der Grund, warum alle Fotografen, also ich kenne wirklich keinen einzigen Berufsfotografen, der nicht mit Mac arbeitet. Mit Windows. Ich glaube, hat inzwischen keiner mehr. Felix Röse haben wir vor zwei Jahren bekehrt. Wir waren zusammen im Urlaub. Also nicht im Urlaub, sondern eine Woche am Fotografieren auf den Riffer. Und danach hat er sich dann ein Macbook gekauft. Weil Sebastian und ich immer gesagt haben, nee. Dazu kommt natürlich die Rechenleistung. Windows-Rechner gibt es nicht viele, die so viele Rechenleistung haben wie so ein M3. Und dazu ist er lautlos vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob ihr es noch ein Video hört. Nebenbei, hier schießt die Artillerie. Ich wohne in der Nähe vom Truppenübungsplatz und heute ist Schießtag. Geht schon den ganzen Tag immer. Jetzt gerade Schießpause. Geht bestimmt gleich wieder los. Die sind einfach lautlos. Ich höre den Lüfter von der Lampe, obwohl die weit weg ist. Ich höre den Lüfter von meinem Monitor, obwohl der weit weg ist. Aber die beiden sind lautlos. Den habe ich zwei Jahre im Einsatz und ich habe den Lüfter genau einmal gehört. Als ich das Video dazu gemacht habe und ihn lange Zeit ans Limit gebracht habe, den ging der Lüfter an. In der Vorbereitung für dieses Video habe ich sie beide nebeneinander rechnen lassen. Und da ist hier der Lüfter angegangen. Aber im Sinne von, ich muss das Ohr reinhalten. Läuft er? Läuft er nicht? Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich glaube, er läuft. Also, die sind einfach lautlos. Und das ist halt auch so ein Luxus. Allein sie sind lautlos. Dann habe ich das Trackpad. Das ist halt hier extrem gut. Tastatur ist hier extrem gut, nachdem diese Butterfly, Apple hat ja mal diese Butterfly-Möglichst-Klacht-Tastatur, die jahrelang nicht funktioniert hat. Und immer haben sie gebastelt, hat nicht funktioniert. Jetzt haben sie wieder eine richtige Tastatur. Bei dem schon. Bei dem M1 ursprünglich schon. Bei dem und bei dem tipptopp. Da kann ich gut mit arbeiten. Ich arbeite viel mit dem externen Monitor. Den schließe ich dann einfach über HDMI an. Dann habe ich halt ein Trackpad, weil das Trackpad so gut ist. Also, wenn du noch jemand bist, der ein Windows-Laptop hat und mit einer Maus immer rumläuft, dann deswegen, weil du kein richtiges Trackpad hast. Also, ich will ja nicht lästern, aber Trackpad kann kein Apple. Das können sie echt. Mit Gesten und so weiter. Also, das macht mein Leben so viel einfacher. Na gut. So. Dann müssen wir natürlich noch ganz kurz über Ausstattung reden, weil ich kriege super viele Anfragen. Ich will mir ein Laptop kaufen. Ich kann mir nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll. Ja, das Beste, was du dir halt leisten kannst. Was soll ich sagen? Bei mir ist besser. Bei mir ist eine Film-Ausgabe. Ich schreibe das ab und so. Das ist natürlich alles ein bisschen anders. Das ist halt so. Da kann ich dir also nicht abnehmen, die Entscheidung. Über die Ausstattung haben wir gesprochen. So. Jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Leistung. Wie ist denn das? Wenn ich hier, ich habe einen Ordner genommen mit 650 Dateien, die meisten RAW-Dateien mit der Nikon Z8 und ein paar davon JPEGs und exportiere die einfach mal. Dann ist der Neue um 50% schneller. Wow, 50% hat sich gelohnt. Zwei Minuten statt drei Minuten. Who cares? Also ich sitze ja nicht da und warte und versuche ihn an zu stupsen, sondern ich hole mir Kaffee oder ich schreibe schnell eine E-Mail und dann sind die drei Minuten um. Also null Mehrwert, wirklich null Mehrwert und so viele Dateien exportieren, mache ich ein, zwei Mal im Jahr. Also null Relevanz für mich. Beim Lightroom öffnen und Bilder durchgehen und so weiter, da wartet man immer mal irgendwo ein bisschen auch mit dem und mit dem halt. Aber das ist dann meistens, weil es auf dem Netzlaufwerk ist, das ist ein Netzlaufwerk nicht schnell genug. Oder weil Lightroom da irgendwas macht, man weiß es nicht so genau. Weil so, das ist ja manchmal so, du kommst nach Hause mit vielen Dateien und willst möglichst schnell Vorschau generieren. Einmal die Vorschau generieren, damit du in 100% durchschalten kannst, weil du die Bilder suchst, die halt voll im Fokus sind. So, wenn du von einem Sportevent kommst oder sowas, dann kann das ein Thema sein. Dann ist es schneller natürlich besser. Aber irgendwie kriegt Lightroom das immerhin, dass es langsam ist, egal wie viel Rechenpower. Weiß man auch nicht warum, ne? Also ich spüre, um auf den Punkt zu kommen, in der Praxis spüre ich null Unterschied von der Leistung her. Null. Videoschneiden, auch da, als der M1 rauskam, da hatte ich gesagt, ja der ist so schnell, 4K schneiden, das geht darauf flüssig. Man muss nicht mehr Proxys generieren, um zu schneiden. Man kann direkt loslegen. Das war mit hier natürlich sowieso so und hier halt auch, wenn ich die Datei exportiere. Ich habe das Panasonic S5 Video genommen, das ist über 20 Minuten lang, das braucht 8 Minuten zum Exportieren, bei beiden. Irgendwie 3 Sekunden Unterschied. Und das ist wahrscheinlich mehr Zufall. Wenn ich es 5 Mal machen würde, käme wahrscheinlich irgendwie, also genau gleich, also kein Unterschied. Das ist ein bisschen schwach, oder? Also zwei Jahre, also eine Generation im Grunde übersprungen, den M1, dann M2 ausgelassen, M3 genommen, da erwartet man ja, dass es schneller ist. Da hatte ich erwartet, dass sich das halbiert oder so. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es gar kein Unterschied ist. Aber das ist nicht relevant, weil ich weiß, es dauert ein paar Minuten, ich starte den Export, ich gebe dem Hund, komme wieder, ist fertig. Oder mache halt irgendwas hier und komme wieder, ist fertig. Also ich warte nicht drauf. Und dann dauert es halt, bis ich das hochlade, ich habe Glasfaser, das geht auch schnell. Und dann warte ich, bis Google das rendert, bis es auf YouTube gerendert wird, in meinem Fall die Videos. Und das dauert dann halt, das dauert dann schon mal eine Stunde oder so. Also das ist das, was lange dauert, das Rendern bei YouTube. Das Exportieren, das Hochladen nicht. Das geht sowieso so schnell, dass ich starte, kurz was anderes mache und dann weitermache. So, also auf den Punkt zu kommen, hat sich das gelohnt für mich? Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe hierfür halt noch einen guten Preis gekriegt. Dann gesagt, na gut, zwei Jahre alt, abgeschrieben schon. Und ich kriege noch einen guten Preis, dann okay. Und so bleibt ihr ja noch am Leben halt bei jemandem anders. Und deswegen habe ich das gemacht, aber würde ich nicht nochmal machen, weil es ist ja auch ein Haufen Arbeit, bis alles wieder läuft und so weiter. Und dann hätte ich mir ein bisschen sparen können. Hätte ich also ruhig auf den M4 warten können bis nächstes Jahr, der dann vielleicht schneller ist. Was mir aber auch nichts bringen würde, weil ich warte sowieso nicht. Habe ich deutlich gesagt. So, das heißt, die Empfehlung wäre, lass den M3 aus. Ich habe Apple-Aktien, ist schlecht für mich, sowas zu sagen. Kauf, kauf, kauf. Nein, also den M3 kann man tatsächlich auslassen, M1 oder M2. Wenn du die irgendwo jetzt noch als Restposten findest, vielleicht irgendwo bei irgendeinem Händler oder sowas, dann würde ich lieber dazu schlagen und ein bisschen Geld sparen. Und dann vielleicht meinetwegen eine größere Ausstattung nehmen, mehr Speicher oder wie auch immer, größere Festplatte. Weil eine größere Festplatte macht das Leben immer einfacher, ist ja klar. Also die ist immer zu klein, aber klar ist es einfacher oder angenehmer, wenn sie größer ist. So, okay. Soviel dazu. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. In diesem Sinne, viel Spaß mit deinem Mac, falls du einen hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.